Auch heute wieder ist das Geschehen im Handelsstreit, im Handelskrieg zwischen den USA und China das dominante Thema an den Märkten. Auch mangels anderer Themen muss man vielleicht sagen, aber was passiert da eigentlich, was geht da eigentlich ab? Ich will im heutigen Markt geflüstern, zu dem ich Sie ganz herzlich begrüße. By the way, will ich mal die Sache spieltheoretisch ein bisschen beleuchten aus der Sicht von Donald Trump, aus der Sicht der Chinesen und zeigen, warum der Deal, den die Märkte eigentlich schon eingepreist haben, gar nicht so furchtbar wahrscheinlich ist. Und erstaunlicherweise haben sich die Märkte ja eigentlich fast immer geirrt, indem sie gedacht haben, die Sache wird nicht eskalieren. Dann hatten wir Zölle, dann hatten wir Beruhigungssignale, Wiederhoffnung. Die Märkte stehen dennoch höher, weil sie eben wie der Esel hinter der Karotte immer herrennen in der Erwartung. Der Deal wird kommen, das ist der eine Grund. Der zweite Grund ist natürlich die totale Wende, der FED, warum die Aktienmärkte höher stehen und auch der EZB vielleicht, diese doffische Wende. Aber das ist natürlich schon ein dominantes Motiv, immer diese Hoffnung, Handelsdeal wird kommen, Handelsdeal wird kommen. Wie oft haben wir ihn eingepreist und wo ist er bisher? Bisher ist es so, dass die Zölle der Fall sind, Zölle gegen Zölle, das sind zunächst mal die Fakten. Warum irren sich vor allem die Aktienmärkte immer? Weil sie vor allem von einer zweckrationalen ökonomischen Logik ausgehen. Sie sagen sich, ja beide Seiten brauchen doch einen Deal, sonst verschlechtert sich die Wirtschaft. Aber ist das wirklich so? Schauen wir uns erst mal das Geschehen an, wie es heute chronologisch sich dargestellt hat. Hier Peter Navarro zunächst mal, der gesagt hat, ja also wir können vielleicht die Zölle, die am 15. Dezember eintreten sollen, könnten wir verschieben von der Aufhebung bestehender Zölle. Sei gar keine Rede darüber, sei keine Entscheidung getroffen. Die Märkte ist ein bisschen nachdenklich geworden. Dann kam Sid Donald mit wirklich lustigen Aussagen. Zunächst mal, nein, ich habe nicht zugestimmt, dass bestehende Zölle aufgelöst werden, aufgehoben werden. Die Märkte ein bisschen runter. Dann sagt er im nächsten Satz, ja aber wir werden den Deal unterzeichnen und zwar in den USA. Am liebsten würde ich das in Iowa machen. Aber es kann auch sein, dass ich nach Russland reise, zur Mainparade dort oder zu einer Parade dort. Das wäre natürlich vielleicht der logischere Treffpunkt, wenn es denn dazu käme zwischen Trump und Xi Jinping in Russland. Denn Russland ist ja so ein bisschen alliiert mit den Chinesen, während vorher ja ein Gespräch war. Vielleicht könnte es beim NATO-Gipfel in London der Fall sein, aber was will Xi Jinping auf dem NATO-Gipfel? Aber egal, schauen wir uns einfach mal die grundsätzliche Ausgangslage an beider Parteien. Für Donald Trump stellt sich die Situation doch so dar. Die Aktienmärkte sind auf allzeit hoch. Kein Handlungsdruck also. Scheinbar ist alles, was er bisher gemacht hat, auch mit den Zollanhebungen richtig gewesen. Er hat nicht nachhaltig dafür gesorgt, dass die Aktienmärkte einbrechen. Und hat auch nicht nachhaltig dafür gesorgt, dass die Wirtschaft wirklich einbricht. Wir haben ja zuletzt wieder besser als erwartete Arbeitsmarktdaten, besser als befürchteter ISM-Index etc. Von der Seite also her kann er nicht jetzt davon ausgehen, muss er davon ausgehen, dass die Wirtschaft jetzt total abschmiert. Sondern es ist so, die Wirtschaft ist okay, nicht überragend, aber ist eben okay. Er hat die Best Economy Ever mit plus 1,9% des US-Bips gefeiert. Also aus der Sicht von Trump besteht eigentlich kein großer Handlungsdruck, den viele immer unterstellen. Er muss jetzt, er muss jetzt. Und wenn nicht jetzt, dann hat er ein Riesenthema. Nein, hat er eigentlich nicht. Vielmehr hätte er vielleicht ein Thema, wenn er jetzt zu stark zurückrudert, zu viele Zölle aufhebt. Das ist innenpolitisch schwer vermittelbar. Weil selbst die Demokraten in den USA scharfe Maßnahmen gegen China fordern. Das ist im öffentlichen Diskurs eigentlich ganz unhinterfragt. Insofern ist er in Sachen harter China-Politik eigentlich voll im Mainstream. Nämlich der Donald Trump. Und jetzt versetzen wir uns mal in die Lage von China. Wir haben die Chinesen, die sagen, ja okay, wir haben ein nachlassendes Wirtschaftswachstum, aber wir kriegen das in den Griff, indem wir eben immer mehr Stimulus machen, indem wir so ein bisschen die Zinsen senken, indem wir letztendlich weiter stimulieren. Wir drucken uns die Yuan letztendlich selbst und verkaufen auf der anderen Seite immer mehr Schulden ins Ausland. Wie zum Beispiel jetzt diese Euro-Bond-Verkäufe, die das Land getätigt hat im Volumen von fast 5 Milliarden Euro. Also da ist man sozusagen auch nicht unkreativ ähnlich wie die Fed, dass man im Prinzip so eine Art Stimuluspaket geschnürt hat. Die chinesischen Wirtschaftsdaten sind nicht wirklich gut, aber eben auch nicht katastrophal. Von der Seite her also kein immenser, schneller, unmittelbarer Handlungsdruck. Das Kind ist schon längst in den Boden gefallen durch den Handlungskrieg, durch die Investitionsunsicherheit, die damit verbunden ist, durch die Zerstörung von Lieferketten. Viele Firmen haben China bereits Richtung Vietnam verlassen etc. So viel kann man da eigentlich nicht mehr verlieren. Und vor allem die Chinesen wissen, sie sitzen eigentlich am längeren Hebel. Sie brauchen jetzt nicht zwingend sofort einen Deal, aber Trump könnte, wenn die Wall Street abschmiert, einen Deal gebrauchen. Dementsprechend sind sie jetzt auch mit dem Preis nach oben gegangen, in dem sie gesagt haben, ja, aber es müssen die bestehenden Zölle zurückgerollt werden. Und das hat dann auch nochmal Huxixin in einem Tweet klargemacht, der sich dann auf die Aussage von Donald Trump bezieht und hat gesagt, ja, what's certain is that if there's no rollback of tariffs, there will be no phase one deal. Bums. Wenn es also kein Zurückdrehen von Zöllen gibt, dann wird es eben auch keinen Deal geben. Mithin glauben also beide Seiten, dass sie eigentlich aus einer Position der Stärke agieren. Die Chinesen, weil sie keine Wahl gewinnen müssen und weil sie viel, viel Zeit haben. Donald Trump hat zwar wenig Zeit, aber er glaubt eben, dass er in einer stärkeren Position ist. Nach wie vor. All-Time heißt beim Dow Jones, das ist ja für ihn sozusagen auch gleichzeitig ein Zustand, eine Zustandsbeschreibung der Wirtschaft, irrtümlicherweise. Aber sei es drum. Jedenfalls ist das sozusagen spieltheoretisch eine ungünstige Situation. Wenn sich zwei Parteien in eigentlich der besseren Situation wähnen, dann kann die ganze Geschichte schnell schief gehen. Warum soll man sich dann einigen, das ist meine Frage. Es geht ja um viel mehr als nur um Handel, als um Zölle. Es geht ja auch um geostrategische Konflikte. Es geht um das ganz große Bild, da ist die Ökonomie, ist die Wirtschaft. Nur ein Teil davon. Natürlich kein unwichtiger, aber nur ein Teil davon. Was hatten wir heute noch? Wir sehen, dass insgesamt die Akteure extrem bullish sind. Wir haben zum Beispiel jetzt die Situation, wie Bank of America Mary Lynch gezeigt hat, dass wir den größten Zufluss in europäische Aktien seit 88 Wochen hatten. Also seit um und bei 1,5, 1,3 Viertel Jahren. Wir sehen, dass die Bank of America zum Beispiel oder die JP Morgan war es, die sagen, wir sind immens optimistisch hier unterwegs. Das war es nicht, was ich Ihnen zeigen wollte. Jetzt habe ich Schwierigkeiten, das zu finden. Das war es auch nicht. Es sei es darum, jedenfalls JP Morgan sagt, wir sind, finde ich jetzt nicht, however, Schwarm drüber, sagt, wir sind extrem optimistisch, diese Rallye, die wird weitergehen. Aber vielleicht Anfang 2020, erstes Quartal 2020 dann ausgebremst werden durch steigende Zinsen, ähnlich Fundstrat, auch eine Analysehaus in den USA, diese Rallye wird weitergehen. Also es ist unglaublich viel Optimismus da, weil man sich sagt, die Fed hat die Geschichte gedreht und im Handelskrieg wird es eine Lösung geben und was soll schon passieren? Die Konjunkturdaten werden auch besser, die Fed wird aber dann dennoch die Zinsen nicht anheben, wie auch immer. Wir sehen jedenfalls, dass jetzt die Zinskurve sich so schnell versteilt hat in den USA wie schon lange nicht mehr. Das ist ein herber Anstieg. Und wir sehen hier in der unteren Grafik die Menge an negativ rentierenden Staatsanleihen. Global gesehen sind es jetzt nur noch knapp 12 Billionen Dollar oder in Dollar gemessen. Wir waren schon über 17 Billionen. Also das ist sehr schnell zurückgegangen, weil wir eben einen rapiden Anstieg der Renditen hatten, der heute so ein bisschen pausiert. Aber das war sozusagen der Trend in letzter Zeit und das ist eigentlich die signifikanteste Marktbewegung, die wir hier ausmachen. Schauen wir uns mal Sitzcharts an, was wir hier sehen. Das ist der Nasdaq 100, der heute besser läuft. Gestern nicht so gut gelaufen ist, heute besser läuft. Das passiert sonst eigentlich an den Märkten. Bis auf diese ganze Handelskrieg-Thematik relativ wenig. Nicht die Charts von Capital.com, meine Damen und Herren. Wir sehen den S und der P500, der 3084. Da ging es mal nach unten, als Trump gesagt hat, ich habe aber nicht zugestimmt, dass die Zölle, dass die mal rückabgewickelt werden. Aber ich könnte zustimmen, wenn ich zustimmen würde. Aber eins ist klar, wir werden in den USA uns treffen. Das ist klar, jenseits eines Deals. Nicht wahr? Also das ist so ein bisschen merkwürdig. Er hat dann auch gegenüber Eamon Javers gesagt, einem CNBC-Korrespondenten im Weißen Haus, also auf die Frage, ob er denn dieses Jahr Xi Jinping jetzt noch treffen werde, hat er gesagt, weiß ich nicht. Schauen wir das mal. Aber ich weiß ganz sicher, dass der Deal in den USA unterzeichnet wird. Das muss man alles mal logisch irgendwie zusammenbringen. Wir sehen also hier sozusagen die Situation, wie sie sich hier darstellt. Wir sehen, dass Trump hier, der Trumps Tweetometer ist wieder sehr, sehr stark hochgeschnellt, weil er sich sehr, sehr oft über die Aktienmärkte natürlich positiv äußert. Das zeigt doch, dass er eigentlich meint, er ist in einer Position der Stärke. Er hat ja immer den schwachen chinesischen Aktienmarkt herangezogen als Symptom dafür, dass die chinesische Wirtschaft schwach ist. Also da braucht man eigentlich nicht viel darüber diskutieren. Wir waren beim S&P 500. Wir schauen uns den Dow Jones an, der heute schwächer geht, nachdem er gestern stärker gewesen ist. Wir sehen nach wie vor Dollarstärke auf breitester Front. Wir haben jetzt den Euronendollar bei 1.1018. Schon bald vielleicht unter der 1.10, eben wegen dem Anstieg der Renditen und der schwindenden Aussicht, dass die FED nochmal die Zinsen senkt. Gold bei 1.462 nach wie vor unter Druck. Und nach oben geht der Krut, weil es eben nach oben geht. Was Intelligenteres fällt mit dazu leider nicht ein. Also das ist die Situation. Spielt theoretisch eigentlich eine ungünstige Situation. Und das Witzige oder das Irrationale ist, dass die Märkte eigentlich fast immer Unrecht hatten, weil die immer gesagt haben, nein, nein, der wird das nicht eskalieren, wird keine neuen Zölle einführen. Dann kamen die neuen Zölle. Und dann hat man gesagt, scheiße, ist man kurz runter und hat sich gesagt, ja, ja, aber dann wird das irgendwann wieder werden. Hat sich an jeden Strohhalm geklammert und ist eben, wie gesagt, wie der Esel hinter der Karotte hergelaufen. Aber irgendwann muss mal jetzt was her. Und wenn es nicht zu diesem Phase 1 Deal kommen sollte, wenn die Gespräche abgebrochen werden sollten, und das halte ich nicht für ausgeschlossen, dann wird die ganze Geschichte schwierig. Denn die Chinesen sagen, ohne Rollback geht nichts. Die Amerikaner sagen, schau mal, wie viel können wir denn zurückrollen, wenn wir überhaupt zurückrollen. Eine ganz komplexe Situation, die die Märkte zu stark vereinfachen, an meiner Auffassung. Ich wünsche jetzt ein schönes Wochenende und sage Servus und Ciao.